So, da bin ich wieder. Das geht. Hola, kleines Update. Ich bin mega abgefuckt von den Leuten hier. Wenn man so aus einer einheimischen Region kommt und dann auf so eine touristische Insel, ist es echt schon sehr, sehr nervig. Guten Morgen, ihr Lieben. Es regnet einfach. Ich bin hier direkt neben so einem Fluss. Wach, das sieht ganz cool aus. Gerade eben war noch Sonne und jetzt, hum, Regen. Wir exploren jetzt mal ein bisschen. Also das hier ist der Pool. Eigentlich ganz cool. Nur es regnet so leicht irgendwie. Das ist blöd. Da kommen gerade irgendwie neue Gäste an. Das hier ist so das Resort. Sieht eigentlich ganz schön aus. Ich habe es nur irgendwie ein bisschen schöner vorgestellt, aber ist okay. Und ich bekomme jetzt Hunger. Deshalb gehe ich jetzt los. Und suche mir eben was zu essen. Hier ist gerade Stromausfall. Es war kurz Stromausfall. Gerade eben, als ich zum 7-Eleven, also zum Supermarkt gegangen bin, ist hier jemand eingecheckt, die ich einfach kenne von Luftwäge. Also privat kenne ich die. Weil ich war damals auf der Mädchenfreizeit und sie war Betreuerin. Und jetzt hier einfach im gleichen Hotel eingecheckt. Funny. Und jetzt sitze ich hier gerade am Pool. Da ist der Pool. Ich bin komplett lowly. Ich hoffe, es gefällt mir hier noch ein bisschen mehr. Weil das ist jetzt das Ende von dem Urlaub. Und es ist dann ein bisschen blöd, wenn das so blöd endet irgendwie. Wenn mich die Leute einfach abfacken. Aber ich weiß jetzt wieder, weil ich war auf Koh Samui und Koh Tao. Und in Bangkok. Ich weiß jetzt wieso mir das damals nicht gefallen hat. I remember. Gefällt mir diesmal auch nicht so richtig. Diese Inseln sind halt super touristisch. Und man wird einfach nur abgezockt. Es ist leicht früh. Ich glaube, das hier schon endet. Aber nee, es geht noch weiter runter. Gut weiter runter, ey. Holy moly. Kalt. Okay, ich glaube, das wird nichts. Aber da vorne kann man so rein. Kommt hier da mal hin. Vielleicht ist das besser. Also ich bin bis hierhin drin. Aber mehr schläf ich leider nicht. Also raus hier. Ich bin sogar fast schon drin. Voll krass, ne? Ich habe gerade ein Audio an eine Freundin gemacht. Weil die kennt ihr auch, die hier ist. Einfach in dem Resort. Voll funny, ey. Ich war einfach mit so einer Reisegruppe da. Und dann bin ich einfach aus. Wir sind reingeflogen. Weil hier gibt es so drei Stufen. Und ich habe gedacht, es gibt vier Stufen. Und dann war ich schon in Polen. Und dann war ich so. Ja gut. Dann lass mal ein bisschen Schwimm-Engine machen. Drei. In zwei. In drei. Zwei. Eins. Ich habe es geschafft. Ich habe mir jetzt gerade was zu essen bestellt. Weil ich voll Hunger habe irgendwie. Und so sieht das künstliche aus im Restaurant. Und es gab einfach Naan auf der Speisekater. Deshalb habe ich mich natürlich direkt geholt. Naan, Curry, Reis, Kurkosnuss und mehr. Also man muss hier wirklich aufpassen, wo man hinläuft. Denn hier sind so viele Krabben. Das ist echt krass. Ich glaube gar nicht wie viele Krabben. Ah, da, 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 da. Seht ihr die? Da. Da zum Beispiel. Da ist eine Krabbe. Dahinten sind Krabben. Überall Krabben ist hier. Oh Leute, das ist hier vorher voll schön eigentlich, ne? Voll süß, die Kinder spielen hier. Das ist schon echt mega süß. Leute, ich habe ein Schneckenhaus gefunden, das sich bewegt. Beziehungsweise eine lebendige Schnecke. Wie krass so das von hier aussieht. Guck mal, da ist noch eine Schnecke. Die sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Toad von Mario, oder? Guckt Leute, hier ist die Spur einfach voll krass. Krass, ne? Die haben da richtige Schneckenspur. Ich habe hier jetzt einfach gerade Minions Eis gefunden. Das muss ich probieren. Ganz normal vanillig. Okay Leute, Eis ist fertig. I'm sorry, es schüttet irgendwie so ein bisschen. Heute gibt es ein Buffet. Da ist nichts drin. Das da. Hier geht es weiter mit Toast. Oh, die haben sogar zwei verschiedene Toast. Ist ja cool. Also da vorne hier ist eine Gruppe. Deshalb gibt es heute Buffet. Da hatte ich gerade gesessen. Da sind aber tausende von Armeisen. Deshalb bin ich dann hier hin. Und ja, das ist meine Ausbeute. Das hier ist jetzt übrigens auch mein neuer Teller. Ich warte auf meinen Toast. Weil es gibt keinen Teller mehr. Ich habe mich jetzt in den Pool gechillt. Also das Frühstück ist unglaublich schlecht. Dadurch, dass meine Freundin mit der Reisegruppe angereist ist, gab es heute Buffet. Und es war so semi irgendwie. Ich habe mir meinen Donut wieder gesnackt. Ich bin gestrattet. Ich nehme euch mit. Oh, da bin ich gegangen. Das geht. Ich habe einen neuen Ring gefunden. Der glitzert sogar so ein bisschen. Aber mein Buch passt leider nicht rein. Zu Babys. Ich habe einen tollen View. Ich bin jetzt hier gerade in einem Restaurant. Ich habe mir gerade was zu essen bestellt. Wasser ist schon angekommen. Und ich genieße jetzt einfach mal diesen tollen View. Diese Inseln hier, die sehen richtig schön aus. Die ist bestimmt unbewohnt. Also wie die da. Oder meint ihr, da wohnt jemand? Stell dich vor. Einfach so eine kleine Mini-Insel. Schon cool irgendwie. Mein Essen ist angekommen. Ich habe Nudeln mit Gemüse. Mit einem tollen View. Leute, da hat sich gerade ein Baum bewegt. Und ich war gerade so. Hä? Ach nö, ihr seht ihn nicht. Da. Da ist ein Affe. Da ist ein Affe. Oh, jetzt geht er weg. Ach nö. Ah doch, ne. Da hat sich irgendwas geholt. Da ist er immer noch. Okay, cool. Wie cool. Ich beobachte einfach gerade Affen. Da die leben hier einfach wild. Und da war gerade sogar so ein Affen-Baby. Total cool. Da. Da ist der Affe. Wie süß, Leute. Dieser Affe hat sich gerade was zu essen geholt. Irgendeine Palme oder sowas. Guck mal, wie cool. Das sind jetzt drei Affen. Und da gab es auch irgendwo gerade so einen Affen-Zoff. Wenn ihr Affen seht und mit einem Roller unterwegs seid, genauso wie ich jetzt. Unbedingt weiterfahren. Nicht stehen bleiben. Denn die Affen könnten auch aggressiv sein. Und ich habe gerade meine Kette so ein bisschen reingemacht. Einfach, dass ich es nicht vergesse. Generell Glitzer und sowas solltet ihr verzichten. Weil in Gibraltar war das zumindest so. Ich denke hier, die Affen werden genauso sein. Die gehen auf Schmuck und Essen. Und alles, was glitzert, mögen sie eigentlich. Die klauen das richtig. Deshalb Infokarte dort oben. Da kommt ihr zu meinem Gibraltar-Vlog. Und ich bin hier etwas gerade fertig gefördert. Und jetzt geht es weiter zur Affen-Bande sozusagen. Das war richtig, richtig cool. Die wilden Affen einfach zu beobachten hier im Restaurant. Wenn ich viel gegessen habe. Also Viewpoint heißt das Restaurant. Solltet ihr unbedingt auch besuchen, wenn ihr wilde Affen sehen möchtet. Vielleicht habt ihr auch Glück und sie sind da. Ist es aber ein klein bisschen teurer. Aber es ist normal eigentlich. Normale Preise für die Insel. Also Insel ist halt ein bisschen teurer. So jetzt muss ich meine Kette verstecken wegen den Affen. Weil ich fahre jetzt runter. Bis bald. 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 Musik 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 Ich hab fast gerade ein Bokar Ich hab Briefmarken bekommen und direkt weggeschickt Eure Postkarten sind direkt da Dankeschön nochmal Guck mal wie wunderschön es von diesem Steg hier aus aussieht Boah Das ist unfassbar schön Thailand Musik Ich bin jetzt einfach unter der Brücke einfach mal runtergelaufen So sieht das drunter aus Voll interessant Musik 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 Übrigens, guckt mal Leute, das hier ist mein Roller jetzt für die nächsten vier Tage und ich hole mir jetzt einen Fruitshake für 40 Baht und zwar Banana. Der hat er gerade gemacht. Und sieht das Handy voll schön aus, ein bisschen die Wilder Westen, oder? Richtig schön. Wenn ihr übrigens auch eine Postkarte haben möchtet, solltet ihr unbedingt mal in den Livestreams vorbeischauen, besonders bevor ich in den Urlaub klicke. Ich sichte gerade Postkarten, Leute. Hier ist auch so ein chinesischer Tempel. Ich bin jetzt hier gerade in Old Town, hier auf Koh Lantao, habe hier gerade so einen chinesischen Tempel entdeckt und da vorne gibt es noch mal was anderes schönes Chinesisches, was ich total krass finde, weil hier sind sehr viele Muslime. Und außerdem, was mir auch aufgefallen ist, heute Morgen, konnte ich nicht überhören, um 8 Uhr morgens. Um 8 Uhr morgens. Entweder es war eine Nationalhymne oder auf voller Lautstärke. Das war schon echt krass. Ich war auf jeden Fall wach danach gewesen, so richtig stammt durchs Bett. Oder es war einer von der Moschee, die wieso Kirchenglocken, aber halt von der Moschee, ich bin nicht sicher. Denn direkt neben dem Hotel ist so ein Friedhof für Muslime. Ja, habe ich noch nie gesehen. Sieht ganz anders aus als bei uns. Ist auf jeden Fall direkt daneben. Vielleicht ist das auch so ein Zusammenhang, wisst ihr. Das könnte natürlich auch sein. Oder es war die Nationalhymne, ich bin mir nicht sicher. So auf jeden Fall, machte morgens. Super früh, super laut. Da vorne auf dem Steg bin ich ja auch gerade noch gewesen. Ich bin jetzt gerade in so einem Sauvenireladen und die haben wirklich interessante Zulinis hier. Okay. Diese Werbung verstehe ich ja die ganze Zeit nicht. Ich würde mich auf Englisch machen. Okay, aber so. Das war auch schon in Bangkok und überall eigentlich. Genau. Ich darf sagen, jetzt müsste noch einer kommen und dann kommt noch einer. Es kommen immer drei hintereinander. Ich verstehe es nicht. Da. Und da kommt schon der dritte. Da kommt der dritte, wie ich es euch gesagt habe. So, jetzt wird das Teil getankt. Man kann gar nicht rein gehen, aber guck mal, es ist hier vorne und es gab noch Platz. Ist es da, wo der Tampo läuft? Also Leute, ich zeige euch mal, wo wir waren. Wir sind hier irgendwo losgefahren, sind hier so rüber und waren hier. Old Town. Und dann sind wir wieder zurück. Coolanta. Jetzt geht es in 7-Eleven. Ich bin jetzt bei der Thai-Massage. Krass, die Massage macht einfach auch so Haarextensions und so Nägel. Wie krass. Der Sonnenuntergang sieht voll schön aus, oder? So, jetzt geht es zum Sunset. Ich freue mich. Da ist der Bonduntergang. Jetzt sehen wir, der kommt jetzt noch. Richtig, richtig schön.